Servus Leute, wir sind zurück bei einem neuen Party Feist. So, im letzten Fall haben wir uns ja durch die ganzen Fliegenhorn hier durchgekämpft. Schau mal, was wir uns hier finden. Das ist mit dem Fliegen mal nicht lustig. Und vor allem, das sind ja erst die ersten Levels, das wird bestimmt noch schwieriger. Okay, haben wir geschehen. Alter, hat mich das Viecher zu schrecken. Alter, natürlich wirft ihr einen Bogen. Alter, ernsthaft. Alter, hat mich das Viecher zerschreckt, so einfach so rausgeschossen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Straight ahead. Fliegen essen, fliegen essen, fliegen essen. Fliegen, fliegen, fliegen. Fliegen, 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 fliegen auch. Sehr gut, sehr gut. Alter, der Stein fast besser wäre wahrscheinlich. Gibt es da noch Fliegenessen? Okay, der hat alle drei gefressen. Nein! Alter, nein! Okay, das läuft. Nein! Alter, fick dich. Alter! Jetzt ernsthaft, ich habe dem Feuer eine drüber zunden. Das Viech frägt nicht. Alter! Jetzt kriegt er zurück. Definitiv. Komm, die Fliege angsaust. Die weicht natürlich aus. Okay, straight. Und weggeschossen. So, und zack. Nein! So, jetzt muss es schnell gehen. Nein! Daneben! Nein! Noch ein Stein. Alter, wir spielen natürlich genau in das Ding ein. Und schon wieder. Alter, jetzt fahrt's zur Hölle. Dieser voll Rage-Modus. Alter, jetzt. Jetzt ärzthaft. Das kann's ja jetzt nicht sein. Ich hasse diese Viecher. Ohne Witz. Wenn du was hast, dann siehst du diese scheißverritten Fliegen. Verdammt, das Drecksviech. Verdammt, das Drecksviech. Alter, ernsthaft. Alter, die haben... Die haben den Stein getroffen, nicht einmal mich. Alter, händes für Scheiß. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ohne Witz. Geh näher. Kommen wir da gleich her. So, zack. Und auf die Fresse. So ist es gehört. Stopp. Wenigstens haben sie die Fliegel getötet. Alter, geht's noch? So, Fliegen essen. Die werden schießen, die Viecher. Scheißdreck. Genau, tu mal Fliegen essen. Wir haben noch viel vor. Topp. Alter, Topp. Der schießt natürlich da drüber. Ernsthaft? Ja. Also, ich bin auf die blöde Idee gekommen, so ein Spiel zu spielen. So. Wenigstens kriege ich die Fliegel gleich gekillt. Ich schaff's jetzt. Sterbe jetzt, dann schaff ich's überhaupt nicht mehr. Alter. Ernsthaft? Ich hasse sowas. Ohne Witz. Ich hasse sowas. Drecksfliege. Da geht sich die gleich tot auf die Haut. Ein verreckt. Die lebt noch. Alter, da ist ja voll verkackt, wenn du die Fliege abhanden gehst. Alter, die schießen auf eine Distanz. Das ist doch saunfair. Das heißt, man muss die killen und schauen, dass man dann vorwärtskommt. Das kann es aber nicht sein. Ich kriege natürlich einen kleinen Hit, bevor ich das Viehhaupt umgelegt habe. Alter, jetzt komm her. Geht doch. Hässliches Drecksviech. Lass dich töten. Oder zumindest missbrauchen. Schaut er mir, wie missbrauchen aus. Okay, wir sind voll. Alter, geht es jetzt noch jedes Mal der gleiche Stelle. Ohne Witz. Jawohl. Umgelegt. Die das da und es läuft doch. Da haben wir Zeit. So, zwei Fliegen reingeschmissen. Jetzt kommt endlich mal wenigstens ein paar Meter weiter. Kommt mal wie vorher. Jetzt kommt die nächste Fliege, oder? Nein. Tricksviech. Wir sehen, wo die herkommen. Stein, Stein, Stein. Ich habe einen Stein. Okay. Wo ist der nächste? Ich habe Angst. Da kann man die Volle noch brauchen. Ich habe einen Stein-Werode. Was kann daran wahrnehmen. es war so klar ich tue mich selber wieder läuft bei mir da geht es noch mal stecken auch kaputt ich schieße mir jetzt ewig kalt hinterher ich frage mich auf ja nichts zum zurückschießen alter jetzt schießt mir den stein weg alter jetzt ernsthaft was soll denn der verkackte kack so ja nummer eins wo ist der zweite stecken hin der ist natürlich weg und so der einzige das rot ist bin ich ja mal fliege habe mich erwischt ok machen wir es halt so wir wissen dass das Vieh kommt wenn wir unseren Stecken kaputt machen nehmen wir den Stecken halt mit so geht doch nein Gott sei Dank jawohl wir können damit die fallen sehr geil da sind Steine drauf ok so war das gedacht verdammt die scheiße ok einen schon mal weniger ok noch einer weniger sehr gut sehr gut ha 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 verkackt das blöde dass die flügel flattern vor dem Viech ist fast ein bisschen schwer machen zu erkennen wenn er demnächst eine neue Fliege kommt hallo wenn der Fliegenpad den Fliegen fliegen oh scheiße wenn ich fast draufgegangen hm hm ok ok strange muss ich mir irgendetwas machen damit so ok jetzt ok muss man es ja nicht abhauen frage ist halt das Problem ist halt wenn ich jetzt die Fliege los lasse geht mir die wieder türisch am Senkel ok ok muss man es ja nicht abhauen Okay, doch, wir können die schmeißen, sehr gut. Können wir die töten? Können wir hier was anfangen damit? Nein. Okay. Ich komme da auch nicht rüber. Okay, was soll denn an der Hickack? Können wir hier was mitnehmen? Ein bisschen Steine. Ich muss bestimmt was mit dem Ding da hinten machen. Ich habe auch hier für irgendwas einen Stock gekriegt. Okay. Ich weiß nicht, was mir wirklich eingefallen wäre, dann hier ein bisschen so zu bewegen, aber. So. Wahrscheinlich so funktioniert, wie ich das vorgestellt hätte. Ah, jetzt ist es. Nein. Da ist es verkackt. Ja, komm, feustig boi. Jawohl, geht doch. Ah, ja, du wusst. So, und jetzt halt. Ein bisschen fliegen. Brauche ich auch nicht mehr, sind voll. Ja, okay. Komm, wir doch hoch. Da habe ich auch ein Schwingepad. Alter. Drecksack. Piss dich. Nein. Ich habe nicht mehr zu werfen. Alter, ich gehe jetzt sterben. Stirbst du jetzt? Alter. Geht. Sterben. Verdammt. Ja, geht doch. Sind da so lange gedauert. Wieso knarrst du dir der ganze Wald? Ich meine, ich habe nicht einen Kill davon. Wer ist der, der hat es verdient. Wollt es uns am Feisty, wollte der töten. Alter, das ist mir voll ein ungutes Gefühl im Magen, wenn du an dieser Runde... ... ...und ich habe einen Rumpi, was war denn der Scheiß? Oh, wir haben das nächste Level. Da, 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 da. Läuft bei uns. Siehe ich ja. Da, 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 da. Da, 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 da Wir sehen uns im nächsten Part von Feist. Also dann, ciao Leute.